Herzlich Willkommen bei 1 Minute Fitness für Dich. Jeden Tag hast du hier die Möglichkeit, 60 Sekunden etwas für deine Lebensqualität zu tun. Heute widfeln wir uns der Beinmuskulatur, besorgt euch dafür ein Balance-Kissen, so wie ich es habe und macht folgende Übung mit. Macht einen Schritt über das Balance-Kissen, geht mit dem linken Knie drauf und macht wieder den Schritt nach hinten. Macht jetzt mit rechts einen Ausfallschritt, geht mit dem linken Knie drauf und wieder nach hinten. Linker Fuß, rechter Fuß. Die sogenannten Ausfallschritte, dadurch, dass ihr hier einen Kontaktpunkt zum Boden habt und einen weichen Untergrund, tut ihr euch auch nicht weh. Das Ganze machen wir 30 Sekunden lang, sehr sehr gut, bleibt dran, super. Gleich wechseln wir die Übung und zwar machen wir jetzt folgendes, wir gehen auf die Knie und stehen nach hinten wieder auf. Wir gehen auf die Knie und stehen nach hinten wieder auf. Ihr seht, ich nehme den Arm, die Arme mit als Schwung. Super und nochmal. 60 Sekunden lang, super. Geht wieder runter und kommt wieder hoch. Geht wieder runter, ihr habt es gleich geschafft und kommt wieder hoch. Noch ein bisschen, 5 Sekunden. Dankeschön, das war's. Eine Minute Fitness für dich. Kommt mit zum Tag 44 und bleibt dran. Ciao. 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 Vielen Dank.